was geht youtube lords von wieder zurück aus der welt von green hell mit dabei wie immer der nico moin moin und wir haben hier zuletzt in der höhle aufgehört bei unserer naja erkundungsturz hütte und mittlerweile ist mehr draus geworden weil nico ja weiß dass es hier noch eine höhle gab deswegen sind wir direkt auch zur höhle gegangen und ja mal gucken was wir jetzt noch so erleben und machen maximal schlafen weil ich brauche echt energie geht es zu zweit geht nicht nö aber voll interessant riesen ding und man kann nicht mal zu zweit schlafen kann nicht mal reinspringen glaube ich ich frage mich aber gerade wenn ich jetzt ein bett bauen würde wieder keine ahnung wo man das baut das bett weil ich einfach lost bin da wird aber einmal könnte man kann ein bett aber drunter wort ja jetzt wenn du mal richtig schiss hast ja dann scheiße einfach durch sind ja nur palmenblätter ich bin fertig mit können ich gehe auch noch mal können hier zu speichern wir uns die ganze zeit ein bisschen das ist ganz gut wir müssen aber unbedingt dann zurück weil sonst machen wir immer beim speichern und beim schlafen immer hier auf beim sterben meinst du genau richtig aber wir werden ja nicht mehr sterben wir werden aber nicht mehr sterben wahrscheinlich gar nicht geringer wir sind einfach wenn wir uns nicht dumm anstellen weil wir sind echt gut gepanzert momentan okay also ich denke sowieso immer dumm an also werden wir sterben ich eher könnte sein könnte sein aber ich glaube er kommt darauf an was wir jetzt noch alles erleben sehen wenn er so 20 von diesen typen kommen weil wir so ein high-end selbst dann der challenge accepted darunter brauchen eigentlich nicht da ist nichts besonderes mehr ich will aber da ist nur noch ein wasserfall aha ja ja ich sehe ich schon ja okay interessant das ist ein jetzt weiß man zumindest was wir könnten für ein dorf gehen wenn du da bock drauf hast also ich bin jetzt unten am wasser also ich hab ich hab halt bock die jahre zu falten bisschen näher kunden eher mehr aber ich suche dieses eine dorf wo es richtig viel zu bauen dann gibt da bist du ja ich meine ich dass das ich bin mir nicht sicher welches das von denen ist es gibt nämlich ein ein ich sag mal häuschen was extrem groß ist meiner weile nach also voll auf der karte sind auf jeden fall mal gibt es da zwei pfeile ich weiß jetzt nicht ob die gut sind aber lass es uns rausfinden und gültig hier du blickst aber auch durch bei der karte also du hast ja es ist schwierig du musst halt ein bisschen nach koordinaten gehen aber du weißt halt ungefähr was das zeug bedeutet ja von hier kommen wir ungefähr soviel ich weiß gürtelt hier einmal das würde ist mein fleisch was ich habe vergammelt schon weil ich bin ständig am fleisch wegschmeißen weil und die kürteltierpanzerhaut kann ich auch als nicht mitnehmen er baut jedoch eine panzerung draus ja aber wenn hier keine außer hier jetzt heim blätter da sind dann ja auch so kann ich ja gar stimmte woche palmblätter dafür herstellen so dass hier das hier zweimal sein oder was naja ja ja eine habe ich jetzt so ich weiß nicht ob die wirklich so viel besser ist also besser wie die blätter ist auf jeden fall aber also ich glaube schon dass dann weil die ist aber besser als die dings also würde ich das game entdecken würde ich sagen dass die gürteltierpanzerung besser ist weil knochen ist ja nicht dafür gedacht zu panzern klar ist knochen stabil und so aber die panzerung ist ja vom gürteltier dafür gemacht was auszuhalten was wir zerstören hallo ich will nicht zerstören was oder was ist denn das ich bin so dumm die scheiß rüstung 20 minuten später ich habe die rüstung ja so jetzt okay 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 so warte mal jetzt kann ich das ding hier die rüstung hallo herstellen der arm bitte wird der rüstung wegschmeißen dann kann ich hier vorne nämlich diesen panzer mitnehmen da ist er so und dann palmblatt hallo herstellen so dass sei sei erstellen so dann sind wir doch schon mal dann sind wir schon mal ein bisschen weiter würde ich mal sagen wie ein bauarbeiter der ist auch ein bisschen weiter er ist auch ein bisschen breiter und let's go weiter geht's kann doch einfach nur die trecksschlange wieder ich krieg so ein herzinfarkt wenn ich dieses zwischen so da vorne ist unsere ja was sind davon unsere lieblings blume ah ja ist das die tabak blume nee das ist die andere für gegen ein gift das heißt auch immer zu den weibern nee das ist die andere dieser andere dieser andere sorg koordinaten kurz mal checken wir sind auf 19 59 alles klar ah ja 49 15 sind wir sind 49 15 wir müssen ein bisschen nach süden runter aber ansonsten kommt einfach meine richtung siehst du noch mein arm warte mal ich kenne die stelle hier also wir können auch in die hüllen rein da vorne sind zwei hüllen von ja bei mir hier ist eine hülle ja hier ist eine hülle hier ist eine hülle hier ist eine hülle ich höre was das ist ein lemur oder so ein scheiß wie heißen diese scheiß noch mal echte also ein gürtel hier nebenan auch renn doch nicht hin ja ich habe halt das kein mann was kein anteidexte körper oder was los lolli habe ich gar nicht gesehen holy shit obsidial holt nehmen das spinne nice muss übel aufpassen in den höhlen also meistens sind es nur ein zwei egal wie groß die höhle ist aber einfach aufpassen der gar klar man weiß nie hier ist wieder eisenerz euer mitnehmen oder könntest du es abbauen du hast das richtige werkzeug oder was das kannst du mit jedem machen mit der axt klinge plus eins sicher dass das geht auch mit der klinge klinge weil ganz kurze info nebenbei nico hat ja gerade pizza bestellt und ist am pizza essen kleine fressack also ich ernähre mich natürlich immer gesund und achte auf meine ernährung und also ich halte natürlich nichts von pizzen eigentlich wäre das schwachsinn wer würde das denn sagen also ich kenne kein mensch der pizza nicht mag ich halte nichts von menschen die sagen dass sie nichts von pizza halten ah ja alles klar es ist so dunkel ich erkenne wieder gar nichts wie groß der ist sammeln das hörst du öfter habe ich gehört also klinge weiß ich nicht aber axt geht auf jeden fall um meine axt ist gleich weg ja geht vielleicht doch nicht mit der axt zu spät aber ist ganz gut weil dann kann ich mehr sachen bauen dann habe ich weniger jetzt mal mit dem lagerfeuer moment ich muss jetzt meine axt bauen lagerfeuer haben wir genug sachen dafür klar für so ein kleines feuer oder auch nicht das eisenerz mitnehmen hast du noch stöcke ja aber willst du sicher dass das ist wirklich reisten ja noch mal was darum geguckt dass sie nicht immer noch ein lagerfeuer ist es ist nicht jetzt noch mal heißen sagt benutzen trockenes blatt let's go zack zack ich mache das anlegen licht ein bisschen weil sonst ist echt also ich sehe alles ich sehe gar nichts so nee ich will das eigentlich will ich das fleisch braten weil ich habe so fucking viel fleisch und eins dauert ja lang was ist das das gürteltierfleisch das wird wahrscheinlich ordentlich geben es bringt ja nichts weil es fällt auf jeden fall lange aber mehr auch nicht oder länger sagen wir so aber das war es dann auch ne ja okay die kann ich eigentlich wegschmeißen die scheiß sicher ne packt ihr doch rein ich habe so viel essen glaubt mir ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht deswegen bist du auch so überladen ja was heißt überladen also ich bin 40 von 50 also so wenig ja wieso habe ich so viel gewicht geholt ich weiß nicht ich habe zu viel pizza zu viel pizza ich habe tatsächlich gar keine stöcke und seile und so was nach so da bist du wahrscheinlich viel immer dein fleisch ich habe viel erze und so eisen alles voll nehm ich raus jetzt schilder egal lass mich doch erst mal hier ärmer hochkrempeln wie man es richtig panisch wird essen faulenbarschfleisch ja er gibt bestimmt gut proteine kann sein das weiß ich nicht auf jeden fall das hat zehnmal schneller fertig wie das scheiß gürteltierfleisch so so es werden durch die jahre hochkrempeln stetsch ja komm her stetsch ja eigentlich gebraucht der stein klinge knochenklinge was ist denn das das ist eine ein knochenmesser ist das wohl oh ja sieht ja ja sie gehört aus kann man das werfen ja klar essen oh lol 70 proteine oh lol hast du noch mehr fleisch nee ne warte geht es kaputt davon keine ahnung weiss ich nicht musst du ausprobieren ne 78% gürteltierfleisch fertig nächste so hast du jetzt die larven da hinge.. ähm da muss was so ich muss mal kurz warten hä was ist denn mit der einen larven los hä was ist denn mit den larven los jetzt bret das ja nochmal hör auf damit finger weg von der larve ich will die larven nicht höll was machst du mit den larven wie räuchert die larven ja moin mein kentin so ja mal gucken wann es äh ja wieder bisschen hell wird ich glaub das dauert noch sehr sehr lang wir können ja pennen oder ja aber wie ach so einfach hinlegen ja lass mal hinlegen komm ah ne geht ja nicht wir müssen wir müssen ja aufs fleisch achten warte bis das fleisch fertig ist lol lol ich seh wann das fleisch fertig ist ist grad fertig geworden lol äh äh bricht hier wanschau jetzt lass hinlegen ich sehs trotzdem oder nein jetzt sehs nicht mehr scheiße oh doch ich sehs ich sehs beide fleischdinger sind fertig ich stehe aber auf ich hoffe es ist nicht verbrannt oh mein gott es war doch grad eine sekunde alter egal ok das noch mal hinlegen weil wir haben 2 uhr 30 so legst du dich hin ja ne ja ok und aufstehen euch völlig überleben so 627 gut let's go wir können wieder rausgehen wandern so was brauchst du denn brauchst du irgendwie essen trinken oh oh wir gehen jetzt alles vergammelt alter holy shit Gürtelfleisch gekauft essen die ganzen pilze die vergammeln halt so schnell dass das wenn du das zeug wirklich löscht jetzt langsam mal ja warum wir kommen doch hier eh nie wieder hin ja aber ist doch unnötig diga so da sehe ich deine nächste rüstung laufen ja gut oh man du bist vor mich glauben du bist vor mich glauben deswegen habe ich gewackelt ah ja wahrscheinlich warte mal ein trinken so aber das ding hat diese anderen lecks ähm irgendwie habe ich was an meinem körper eh mutige äh irgendwas hab ich an meinem körper oder er leckt ja andersrum soll das noch mal Krokusnuss alles klar das auch noch mal Krokusnuss ich nehme mit ja ich hab Durst actually nehme mit äh was musst du trinken äh trinken äh trinken nö ha 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 wenn du die ganze anderen trinken nö ich hab nix zu trinken ich weiß nicht was du meinst hinter dir liegt so ein Papageienvogel scheiße jetzt habe ich Sammeln gedrückt fuck ach lol das kannst du auch einzeln trennen ach jetzt weiß ich wofür diese Blumen da sind wenn die getrocknet sind kannst du die wahrscheinlich fürs Feuer verwenden einen Tag 23 Stunden krass krass und das verbraucht dann nicht so viel Eventarplatz ah ok oh ich hör was ich hör was nein 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 nimm dir nein hab nicht getroffen aah aah fixie Bruder fixie aah aah willst du dich vielleicht mal nicht gegen mich stellen oh wie viele sind oh mein Gott das sind drei ich hab halt nichts das sind vier da war noch eine in der Ecke oh mein Gott ich hab keine Energie Digga du blockst mich hier anders ich block gar nicht ich bin ganz wörter doch, du hast mich grad übel geblockt hmmm magst du blocken? dann kann ich ihn einfach oh mein Gott alter wie viele oh mein Gott hinter mir da ist noch einer pass auf hinter dir kommen noch zwei ich habe halt keinen ähh ah doch warte mal Knochenkeller einer tot ich habe keine Pfeile mehr das ist jetzt anlag ja dann gehen wir halt in Nahkampf lol er schmeißt einfach den Speer da rein Ich hab zwei Pfeile eingesammelt, aber bringt mir nix. Da ist mein Speer. Ah, bin sie nicht. Oh, danke. Magst du mehr? Ich bin hier. Oh, nice. Hast ihn getötet. Schön. Junge, da kommt ja noch mehr. Oh, das ist der Stammeshauptling. Digga, der ist besser. Das merkst du jetzt schon, Digga. Ich bin tot. Scheiße, du bist tot. Nein! Digga! Wieso? Nein! Weil 2 gegen 1. Wie viele noch? Es sind noch insgesamt 3, Digga. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Hallo, warum kann ich den nicht schlagen? Und wieso hab ich keine Energie? Was ist ein Schrottspiel? Ja, ich wollt schon sagen, wenn der nicht gestorben wäre, dann weiß ich auch nicht weiter. Oh, shit. Seriously? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein! Nein! Nicht sammeln! Ich bin am sterben! Nein! Was sagst du? Nein, ich werd umfallen. Oh fuck, ich bin tot. Ich bin so tot. Warte mal, Koordinaten. Wo sind meine Koordinaten? 47 West und 17 Süd. Okay. 47, 17. 47, 17. Respawn. Scheiße! Und wir beide eben noch so, ja, wir werden nicht sterben, Digga. Ich hab keine Chance. Da kam 5 Stück, Alter. Naja, ich war aber auch übertrieben viel. Ja, das hab ich gemeint. So, 47, 16, 17 hab ich gesagt, ne? Oh, ne Schlange, genau in unserem Spawn, ihr mein? Also wirst du auch in dieser Hütte gespawnt, oder? In der Hülle, ja. Oh, da sind Skorpion, aber da sind Steine. Und die geben uns das Steinklinge sammeln. Zumindest ne kleine Steinklinge, wäre ganz gut. Ich hab den Bambus mal mitgenommen für nen Speer. Ja, okay, gut. Hallo, wo ist mein Inventar? Danke. Herstellen. Steinklinge. Ich hab's die zwar alle gefickt, bin aber dann auch noch gestorben. Ich weiß nicht, diese Typen Speer sind einfach untötbar gefühlt. Die haben dreimal so lange Range wie du. Naja. Und zwei Speer, zwei Stammelsperren, dann sind die aber gestorben tatsächlich. Der eine hatte ja voll Leben. Und dann hab ich dann komplett Hubs genommen. Aber du hast die Blätterrüstung liegen gelassen. Nice, Digga. Gönn ich mehr. Ah, du bist schon so weit vorne? Mhm. Ich war ja vor dir voll auf, äh, voll schnell. Schon vor. Ja, okay. Soll. Riesenfrosch. So. So. Kein Schaden bekommen. Ich weiß ja, zum Glück waren wir ja nicht, also ich kenne mich ja zum Glück, also wir kennen uns ja aus, dadurch, dass wir nicht so weit weggelaufen sind von unserem Speicherpunkt, sag ich jetzt mal. Ja, ist trotzdem all lucky. Ja. Er hat übelst wichtige Zeug im Inventar. Junge, was ist denn mit dem Spiel los, Alter? Lol. Was war das denn? Was war gesagt? 47, 16? Oder hast du gesagt? 47, 17 oder so, ja. Lol, ne Schildkröte, Digga. Ich hab einfach ne Schildkröte getötet. Ah, ich bin da. Also deins ist ja weiter rechts, glaub ich. Meinst du ist links, oder? Ja, aber ich bin an diesem Hang, ich lauf gerade hoch. Okay. Irgendwo warst du und eins war ich halt. Müsste man, glaub ich, erkennen. Ich hatte sauviel essen. Ja, ich weiß nicht, äh, auf einmal war ich einfach, äh, alleine gegen zwei so, die mich halt komplett, äh, gelöscht haben. Ja, du warst oben am Kämpfen, ich war halt unten am Kämpfen. Es waren halt so viele, dass, du hättest mir nicht helfen können, wenn ich dir auch nicht, weil es einfach so viele waren. Die kamen ja von allen Seiten. Ah, ich glaub, das ist mein Inventar hier. Also irgendeins gehört dir auf jeden Fall. Ne, hier ist, hier ist Pfeil und alles drin. Aber Stockling ist nicht meiner. Ja, wohl, zwei Pfeiler, drei Pfeiler hab ich, glaub ich, aufgehoben von dir. Hm. Ja, aber das sieht ganz nach meinem Inventar aus, muss ich ja sagen. Äh, da steht einer. Das bin ich wahrscheinlich. Ne, so ein Dings überleben. Hä? Oh, Ausschlag, wieso hab ich jetzt einen Ausschlag? Äh, Ameisen wahrscheinlich. Ja, tatsächlich bin ich da gestorben. Also kein Scherz jetzt, ich bin wirklich hier gestorben. Ja, aber du hattest doch keine Eisenerz und alles dabei. Doch, klar. Ja, aber doch nicht so viel. Ah, hier, ah, hier ist, ach so, ist das. Ne, deins ist hier oben. Meinst da oben? Ja, hier in dem Busch. Da ist nämlich auch diese Axt, die du hast. Oh ja. Okay, dann dropp ich dir dann zwei wieder. Ja, lass doch einfach. Du sammelst da ein bisschen, ich sammle da ein bisschen. Scheiße, Hundraus. Man kann sich ja immer noch einfach mal jetzt klicken sammeln. Warte mal, mach mal die Büsche da weg. Damit man das besser sieht. Sagen wir einfach ein bisschen auf und dann passt das. Na, ich würde ja gerne die Waffen wieder haben, ne. Die waren echt nice eigentlich. Ja, ja, deswegen lass mal ein bisschen ein hier und dann... Ach, die Angel, stimmt. Die Angel war ja deine. Wieso bin ich eigentlich, lol? Kommt's los? Da hätte es mir eigentlich schon auffallen müssen. Aber ich war noch so voll in meiner, in meiner Solo-Welt, aber da hatte ich auch noch eine Angel. Ja, passt. Da ist was. Wo denn? Ein Tiger oder so. Ja, ich hab jetzt nichts zum töten. So, ich hab deine... Boah, so viel Essen, was ich verloren hab. Du kannst aber sowieso jetzt essen, ne. Wenn du Essen gefunden hast, hau dir alles Mögliche rein. Aber wir sind ja gerade gestorben, das heißt alles hilft. Ja, blau. Ich kümmere mich hier lieber um einen Tiger, der mich gleich essen will. Der gar nicht, sonst esst er uns. Digga, wie viele Pfeile hast du denn da? Nimm doch die Pfeile mit, du wirst doch der Bogen machen. Ach, da ist der Bogen. Ja, ich hab keinen Bogen die ganze Zeit. Ach, guck mal, das sind die Pfeile. Wo sind die Pfeile? Wo sind die Pfeile? Ne, äh, Federn meine ich, nicht Pfeile. Ja, Federn... Damit kannst du ja Pfeile bauen. Ja, aber Federn sind jetzt nicht das Optimum. Hier ist ein Bogen. Verliere ich meine Skills dadurch? Das wäre interessant, dadurch das Stamm ist Pfeil. Angeln nehmen. Wieso kann ich die Angeln nicht mitnehmen? Was hab ich denn jetzt wieder zu viel? Ach so, deine Axt. Hier, guck mal, ich hab dir deine Axt da hingetan. Bogen schießen 15, ist ja lächerlich. Was hast du? Deine Axt. Ah ja. Jo, du gehst eine Steinaxt, du hast jetzt nichts besonderes. Ja, aber das war halt deine. Äh, willst du deine Dingens wieder? Deine Stockklinge? Nö, nö, ich hab deine Obsidianklinge. Alles klar, das war nicht meine. Aber okay, ich hab doch die Dingens. Ach so, ja, von den Überlebenden dann. Also von denen. Aber krass, wie viele waren das? Dann laufen wir ja anscheinend in der Richtung. Wir waren ja auf dem Weg zum Dorf von denen. Aber ich wusste nicht, dass es so knarr schon ist. Das ist krank. Krank. So, 20 Minuten nehmen wir auch schon auf. Ja, krass, würde ich sagen. Lief ja schon mal super. Ja, lief super, würde ich sagen. Wie? Irgendwie ja schon. War ja schon. Wir haben alles wieder gefunden. Wir wollten kämpfen, wir haben gekämpft. Ja, richtig. Also war alles, was wir wollten. Lol, hier, nehmen wir den Pfeil. Ich kenn dir. Stammes Pfeil. Liegt das genau vor mir. Ähm. Ja, also vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wiederschauen. Und reinkommen. Ja. 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 Ja.